Michael Schulze zeigt uns seinen alten Arbeitsplatz. Sehr angespannt. Das war zwölf Jahre mein Zuhause, mein zweites. Zwölf Jahre war Michael Schulze Leiharbeiter bei Bauer Schrubenhausen als Lackierer. Jahrelang harte Arbeit, dann flog er raus. Es sagt keiner was. Sie finden es alle eine Riesensauerei. Die Leute sind zu mir gekommen, haben gesagt, es ist eine Riesensauerei, was hier läuft. Aber es kann keiner was machen und alleine sowieso nicht. Ich bin zwölf Jahre Leiharbeiter, innerhalb von zwei Tagen draußen, weil ich auf eine Einstellung haben wollte. Wo? Hier. Ich sag da nichts dazu, das wird hier seine Gründe haben. Es tut mir leid. Passt. Alles Gute. Es gibt diese Fälle und diese Fälle sind skandalös, weil eine mehrjährige Beschäftigung als Leiharbeiter, der ja von allen Rechten, die ein normaler Beschäftigter hat, letztendlich abgeschnitten wird, ist eine, in meinen Augen, perverse Nutzung von Leiharbeit. Die Zahl der Leiharbeitskräfte in Deutschland hat sich in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt, auf 824.000. Das BMW-Werk im bayerischen Dingolfing. Die IG Metall demonstriert gegen den Missbrauch von Leiharbeit. Dingolfing ist der weltweit größte Produktionsstandort von BMW. Rund 20.000 Menschen arbeiten hier. Etwa 2.600 davon sind Leiharbeiter, rechnen Arbeitnehmervertreter vor. Wir lassen uns nicht in eine neue Klassengesellschaft im Betrieb aufspalten. Doch Leiharbeiter trauen sich nicht zu protestieren. Sie müssen fürchten, von einem auf den anderen Tag ihre Arbeit zu verlieren. Deshalb demonstrieren vor allem festangestellte BMWler für ihre Kollegen. Die Stimmung ist ziemlich gespalten, da auch die Leiharbeiter bzw. die Werksarbeiter teilweise überhaupt gar nicht mit uns sprechen dürfen, also mit uns Festangestellten. Warum nicht? Sie haben eigene Pausenräume, die sind total abgekoppelt von uns. Wir treffen einen Leiharbeiter, der schon seit Jahren bei BMW arbeitet. Er darf das Firmenlogo am Ärmel tragen, aber kein Namensschild. Das ist Festangestellten vorbehalten. Ich habe nur das BMW-Logo. Wenn man durch die Halle geht, sieht man so gleich, wer festangestellt ist und wer nicht. Wir Leiharbeiter machen auch die schwere Arbeit und kriegen wenige Geld. BMW-Leiharbeiter bekommen zwar dasselbe Grundgehalt, haben aber einen schlechteren Tarifvertrag, weniger Urlaubsgeld, weniger Weihnachtsgeld und keine Gewinnbeteiligung. Selbst wenn sie schon jahrelang bei BMW arbeiten, verdienen sie so oft 30% weniger. Als ich zu BMW gekommen bin, habe ich große Hoffnung mit der Firma gehabt. Aber du kannst hier jahrelang arbeiten und hast immer noch keinen sicheren Job. Sie haben ihr Leiharbeiter von einem auf den anderen Tag entlassen. Die hatten zehn Jahre hart geschuftet. Die deutsche Automobilindustrie macht seit Jahren Milliardengewinne und setzt auf Leiharbeit. Wir haben bei den Autobauern nachgefragt. Daimler und Opel beschäftigen rund 5% Leiharbeiter, bezogen auf die Stammbelegschaft. VW 6%. Am meisten Leiharbeiter beschäftigt BMW. Wie hoch die Zahlen derzeit sind, will das Unternehmen nicht preisgeben. Nur so viel, die Quote soll auf 8-12% gesenkt werden. BMW teilt uns dazu schriftlich mit. Zitat Wir brauchen dauerhafte Flexibilität, die unter anderem durch den variablen Einsatz von Zeitarbeitskräften erreicht wird. Nach Informationen der IG Metall gibt es bei BMW Werke, wie hier in Regensburg, in denen um die 25% Leiharbeiter beschäftigt werden, viele davon über Jahre. BMW begründet das mit Flexibilität, mit Auftragsspitzen, die üblichen Begründungen bei der Leiharbeit. Aber ich denke, ein Viertel der Belegschaft für Auftragsspitzen, das ist definitiv zu viel der Flexibilität. Die Misere der Leiharbeiter begann mit den Harzgesetzen unter Kanzler Schröder. Der liberalisierte den Arbeitsmarkt und machte so Dauerleiharbeit erst möglich. Im Folge der Deregulierung der Leiharbeit unter der rot-grünen Bundesregierung wurde ja unter anderem auch ermöglicht, was bis dahin nicht zulässig war, dass man im Prinzip, ich sag das deutlich, einen Leiharbeiter ein Leben lang beschäftigen kann, ohne ihn fest einstellen zu müssen. Kai-Uwe Klausnitzer hat da lange mitgemacht. Er vermittelte fast 20 Jahre Leiharbeiter als Disponent bei verschiedenen Zeitarbeitsfirmen. Das Geschäft sei immer rücksichtsloser geworden, erkehrte der Branche den Rücken. Ich konnte mir irgendwann morgens nicht mehr in den Spiegel gucken, sagen wir es mal so. In den 90er Jahren verschaffte Klausnitzer Menschen Jobs, die sonst keinerlei Chance auf dem Arbeitsmarkt hatten. Doch das habe sich seit den Harzgesetzen komplett geändert. Im Grunde genommen wird einer ausgepresst wie eine Zitrone, bis überhaupt gar kein Saft mehr rauskommt, bis der letzte Tropfen ausgepresst ist und dann wird er weggeworfen. Genau das ist dieses System. Also ich mache ihm irgendwelche netten Vorschläge, ich sage ja und wenn Sie ganz fleißig sind und wenn Sie noch mehr arbeiten und wenn Sie auf Ihren Urlaub heute verzichten, denken Sie mal an Ihre Festeinstellung. Diese Probleme sind der Politik seit langem bewusst. Die Praxis der Leiharbeit in Deutschland ist verkommen. Was vor zehn Jahren noch die Abdeckung von Auftragsspitzen war, wird mittlerweile massenhaft ausgenutzt und missbraucht. Es ist in der deutschen Wirtschaft leider auch immer wieder vorgekommen, dass aus jeder Flexibilisierung wieder ein Missbrauch entstanden ist. Man kann es sich gar nicht vorstellen. Die Große Koalition wird weitere Korrekturen vornehmen müssen. Vor zwei Jahren im Koalitionsvertrag versprach die Regierung, die Leiharbeit zu begrenzen. Indem wir eine Überlassungshöchstdauer von 18 Monaten gesetzlich festlegen. Doch dieses Versprechen hat die Regierung bisher nicht eingehalten. Ein Interview lehnt Bundesarbeitsministerin Nahles ab, will sich zu Details nicht äußern. Im Herbst wolle sie das Gesetz ändern. Die Widerstände kommen ganz eindeutig aus dem Arbeitgeberlager. Und zwar in der Koalition der Leiharbeitsfirmen, die natürlich keine weitere Begrenzung haben möchten. Und aber auch der entleihenden Unternehmen. Die haben natürlich überhaupt keine Lust, sich dieses Geschäftsmodell kaputt machen zu lassen. Leiharbeit als Dauerzustand, genau so erging es Michael Schulze. Das ist meine Ehrenurkunde für zehn Jahre. Dienstjubiläum, langjährige Treue, stets zuverlässig, beständig engagierten Einsatz im Dienst unseres Unternehmens. Anfangs bot ihm die Bauer AG einen Hilfsarbeiterposten an, schlecht bezahlt. Auf besser bezahlte Stellen bewarb sich Schulze bei Bauer Jahr um Jahr vergebens. Das Unternehmen antwortete, Ich kann es nicht zählen, wie oft sie mir versprochen haben, dass ich beim nächsten Mal bei der Einstellung dabei bin. Immer wieder Hoffnung machen, versprechen, ja, das ist immer wieder, immer wieder das gleiche Spiel. Thomas Bauer ist Vorstandsvorsitzender der Bauer AG und sitzt als Schatzmeister im Parteivorstand der CSU. Er stellt sich unseren Fragen. 17 Prozent in seinem Stammwerk Schrobenhausen sind derzeit Leiharbeiter, auch über Jahre, das zeigt der Fall Schulze. Nein, mit Missbrauch hat das bei uns, ich sag's mal ganz klar, bei uns nichts zu tun. Ab wann würden Sie denn sagen, muss ein Leiharbeiter fest angestellt werden? Ich hab mir dann nie so ganz genau Gedanken dazu gemacht, weil das nicht das Thema ist, mit dem man sich beschäftigt, wenn man einen Leiharbeiter beschäftigt. Leiharbeitskräfte beschäftigt man, weil man Spitzen ausgleichen will. Zwölf Jahre lang einen Mann zu beschäftigen und immer nur als Leiharbeiter ist das nicht schon, also es ist auf jeden Fall nicht mehr vorübergehend, da sind wir uns einig, oder? Einzelfall, Einzelfall, ja. Wir haben gehört, es gibt mehrere Fälle bei Ihnen im Unternehmen, die jahrelang, sagten Sie ja selber, die jahrelang beschäftigt sind. Hab ich nicht, hab ich nicht nachgeprüft, kann ich Ihnen da nicht sagen, aber ich kann sagen, nur dieses ist ein völlig Einzelfall und Punkt. Michael Schulze hat bis heute keine Festanstellung gefunden. Alles, was ihm von seiner Zeit als Leiharbeiter bei Bauer bleibt, ist ein Foto mit Präsentkorb auf dem Werksgelände. Musik Musik Vielen Dank.